Chris Roberts und Sandy Gardiner sind zurück. Es hatte sich bereits angedeutet durch einige Twitter-Einträge von Sandy. Es wurde erst vermutet, dass es Bilder sind aus alten ATV-Folgen, aber es passte nicht. Die Ausstattung war aktuell. Es war ein Pico im Hintergrund zu sehen. Und ja, da ist es. Das Video. Äußerst spannend. Sehr viele Informationen von The Man Himself. Insofern will ich mich gar nicht weiter mit Vorworten aufhalten. Rein in dieses spannende Video mit vielen interessanten Informationen und Neuigkeiten. Also, auf Los geht's los. Viel Spaß. Hi, I'm Sandy Gardiner. And I'm Chris Roberts. And it's good to be back in front of the camera after quite a long Hiatus. Sandy und Chris wollten mal wieder ein Video machen. Sie beginnen zu erzählen, dass es eine lange Zeit gewesen ist, seit sie hier vor der Kamera gesessen haben und dass viele CRG-Mitarbeiter im vergangenen Jahr von zu Hause ausgearbeitet haben. 720 Mitarbeiter in der Zwischenzeit, um genau zu sein. Obwohl sie von zu Hause ausgearbeitet haben, war es trotzdem nur mit wenig Effizienzeinbußen verbunden durch die Arbeit von England und Deutschland und den USA aus, wo man sowieso remote miteinander arbeiten musste. Nichtsdestotrotz waren jede Menge Zoom-Calls und Kommunikation und Abstimmungen notwendig, sodass man sich jetzt freut, langsam wieder in die Büros zurückzukehren und wieder gemeinsam vis-à-vis von Angesicht zu Angesicht miteinander im Schulterschluss zu arbeiten. Letzten Endes hat es eben doch Geschwindigkeit gekostet und Abstimmungsdifferenzen verursacht, wo man jetzt durch die Rückkehr in die Büros hofft, wieder an Fahrt aufzunehmen, abgesehen vom Wiedersehen mit Menschen, mit Kollegen, mit Freunden. Nun geht's weiter rein in dieses Video, in dem Sandy in ehemals gewohnter Manier Fragen stellt und die eine und andere spitze Bemerkung fallen lässt und Chris dazu vollumfänglich antwortet. Alpha 3.14 steht inzwischen vor der Tür und Chris denkt, dass das Ergebnis so wunderbar ist, dass es nicht nur seine Erwartungen weit übertroffen hat. Am Ende möchte er ein mit dem Microsoft-Flugsimulator vergleichbares visuelles Ergebnis erreichen, nur eben in einer viel größeren Dimension hinsichtlich der Größe der Spielwelt. Jetzt geht's aber rein in das erste große Thema, nämlich zum Server-Mashing. Wie ist der Status der Entwicklung? Da ist CIG weiterhin ganz eng am Ball. Sie haben das größte Engineering-Strike-Team zusammengestellt, bestehend aus 20 Leuten, in dem auch Mitarbeiter aus dem Engine und dem Netzwerk-Team involviert sind. Es ist die größte übergreifende technische Initiative und aktuell arbeiten sie an den für das Server-Mashing notwendigen Backend-Strukturen und Services. Diese Arbeiten und ihr Ziel sind superkritisch, weil erst dadurch überhaupt möglich wird, das Verse zu öffnen, weitere Sonnensysteme hinzuzufügen und die Spieleranzahl zu erhöhen, nicht zuletzt auf Basis der dann höheren Performance. Aktuell ist es in Ordnung, wenn ein Server Stanton berechnet und sich bestenfalls alle Spieler an einem Ort befinden. Verteilen die sich aber über das Verse, über Stanton, befinden sich in verschiedenen Landezonen, auf den Monden, Raumstationen, irgendwo im Weltall und so weiter, hat ein Server hunderttausende Entitäten und Objekte zu berechnen und zu simulieren, was ihn über kurz oder lang in die Knie zwingt. Der Schlüssel zur Lösung ist das Server-Mashing, weil ab diesem Moment verschiedene Server die verschiedenen Spielbereiche, wo sich Spieler aufhalten, berechnen werden und sich somit die Simulationslast aufteilt. Kritisch bei dieser Technologie ist der Datentransfer zwischen den Servern. Reisen wir also, als Beispiel von Stanton nach Pyro, muss technisch sichergestellt werden, dass die betreffenden Spieler übergangslos von einem Server auf den anderen übergeben werden. Das muss natürlich auch später in kleineren Bereichen funktionieren, zum Beispiel in einer Landezone, in der viel los ist und zwei Server eben diese eine Zone, Landezone berechnen müssen und Daten hin und her tauschen. Einige der dazu benötigten Kerntechnologien funktionieren bereits, zum Beispiel der Autorisierungstransfer und die Backend-Datenbank, die sie jetzt Entity Graph nennen. Der Entity Graph, der Entitäten Graph, ist Teil des Persistenzsystems und speichert Ort und Zustand jeder Entität und jedes Objekts in der Spielwelt. Es ist also die Grundlage der Persistenz, aber auch ein essenzieller Baustein für das Server-Mashing hinsichtlich der Datenspeicherung und des Datentransfers. CRG arbeitet sehr hart daran, macht gute Fortschritte und Chris hofft, dass sie zum Ende des Jahres die zuvor erwähnte Persistenz am Laufen haben und zwar auf globaler Ebene. Dieser Backend-Service mit Namen Entity Graph ist übrigens nicht etwas völlig Neues. CRG hat dem Kind nur einen anderen Namen gegeben. Ihr werdet den Streaming Entity Graph nämlich bereits kennen und zwar unter dem Begriff iCache. Mehr Informationen dazu werden wir zur CitizenCon erhalten, die im nächsten Jahr 2022 wieder in altem, neuem Glanz erstrahlen wird, dieses Jahr aber noch einmal aufgrund der anhaltenden Pandemiesituation virtuell stattfinden. Alles ziemlich cool, bestätigt Sandy, aber was findet Chris eigentlich noch so toll außerhalb von Alpha 3.14, Crusader und Server-Machine? Offensichtlich natürlich eine ganze Menge. Zuerst wäre da der Folge-Patch Alpha 3.15 und zwar hinsichtlich des persönlichen Inventars und des Medical Gameplays, welches Richard Tyra im Calling All Deaths tiefergehend besprechen wird. Übrigens baue ich parallel gerade an einem neuen Video, was dann voraussichtlich nächste Woche rauskommen wird, mit dem Calling All Deaths, mit dem Star Citizen Live und noch mit zwei Exkursen des Inside Star Citizens von vor zwei Wochen. Egal, Exkurse werden nicht alt. Es gibt wieder interessante Inhalte und das, wie gesagt, voraussichtlich in der nächsten Woche. Jetzt aber erst mal weiter mit diesem Video hier. Das persönliche Inventar ist Teil der zuvor erwähnten Persistenz und ein Schritt in die Richtung einer Welt, die sich so realistisch verhalten soll, wie von Chris angedacht. Es soll keine unendlich großen Inventare mehr geben, wo man alle Rüstungen und alle Waffen und sämtliche Munitionsvorräte mitschleppen kann. Nein, das ist unrealistisch. Chris möchte, dass wir Spieler uns genau überlegen, was wir mitnehmen wollen, in welcher Menge oder was wir mitnehmen müssen, was wir am Körper tragen, was ins Raumschiff verstaut wird und was wir im Hangar lassen. Management und Organisation des Personal Inventories erfolgen dabei über die Personal Manager App, die PMA, einem Mobiglas-Baustein, der in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt wurde, aber jetzt sozusagen seinem angedachten Zieldesign und der angedachten Zielfunktionalität zugeführt wird. Das Medical Gameplay als zweites großes und zentrales Element ist der erste Schritt hin zum Death of a Spaceman, über das Chris viele Male in der Vergangenheit gesprochen hat. Den Link zum Originaleintrag auf der RSI-Seite, inzwischen aus dem Jahr 2014, trage ich euch in die Videobeschreibung ein. Wer das Ganze als Video anschauen möchte, Death of a Spaceman wurde im Calling All Deaths Ende Oktober des letzten Jahres besprochen und von mir übersetzt. Den Link zu diesem Video findet ihr hier rechts oben eingeblendet. Das Medical Gameplay betrifft die verschiedenen Verletzungsarten, Körperzonen und Verletzungsschwere, sodass wir nicht mit einer Spritze ein gebrochenes Bein heilen können werden, aber daran auch nicht gleich innerhalb von 20 Sekunden sterben können. Für die unterschiedlichen Verletzungen wird es unterschiedliche Heilungsmethoden und Mittel geben, manche kann man FPS zu Fuß oder an Bord eines Schiffes behandeln, für manche muss man in ein Krankenhaus. Aber auch das sozusagen Sterben, also Respawnen, umfasst dieses Thema Death of a Spaceman, welches als ein Kernelement von Star Citizen angesehen werden kann und das Medical Gameplay ist der erste Baustein auf dem Weg hin zu diesem avisierten Gameplay oder der avisierten Gameplay-Mechanik. Übrigens wird man nur noch eine begrenzte Zahl respawnen können, basierend auf der Menge an DNA, die man in einer Klonklinik hinterlegt hat. Und natürlich ist man, wenn man vorher auf einem entfernten Mond durch eine Schiffsexplosion atomisiert wurde, als sein eigener Klon trotzdem nicht mehr 100% dieselbe Person, denn mit jedem Klonvorgang geht ein wenig der Originalsubstanz verloren. Chris spricht konkret darüber, dass man den Originalkarakter vielleicht drei- oder viermal klonen, ergo respawnen können wird. Anschließend greift die Vererbungsmechanik. Man muss einen Nachfolgecharakter erstellen mit neuen Attributen, der die Werte und Schiffe des Vorfahren als Erbmasse übernimmt. Auf diese Weise möchte man dem Leben eines Spielers in-game Bedeutung verleihen, aber natürlich trotzdem die Möglichkeit bieten, im Falle einer Extremsituation, man steckt beispielsweise auf einem Eisplaneten fest und hat keinerlei Hoffnung, hier jemals wieder runterzukommen, was natürlich aus spielerischer Hinsicht keinen Spaßfaktor birgt, dennoch sich zu respawnen, unter Berücksichtigung der kleinen, zuvor skizzierten Konsequenzen. Ab Alpha 315 wird es mehr und mehr Krankenhäuser und Krankenstationen in Landezonen und auf Raumstationen geben. Der nächste Fokus wird im Anschluss auf der besagten Persistenz liegen und damit einhergehend eigenes Wohneigentum und Hangars, die man einrichten können wird und deren Einrichtung und Zustand, dann Bestand haben, persistent sind. Diese Bausteine werden in der Roadmap erscheinen, sobald die Persistenztechnologie respektive Datenbank erstellt und implementiert ist. Das wird dann das Spielerlebnis drastisch verändern, erklärt Chris. Weiterhin wird das gesamte Frachtsystem zurzeit überarbeitet. Es wird ebenfalls physikalisiert und aufsetzen auf Object and Item Persistence. Das Leben für die Händler in Star Citizen wird ab diesem Punkt also wesentlich lebensrespektive Spielwerter werden. Und Chris schwört bei Gott, dass die KI-Jungs an wirklich richtig coolem Zeug arbeiten. Aktuell haben sie viele Probleme aufgrund der niedrigen Server-Tickraten, was ziemlich frustrierend ist. So wollte Chris in den letzten Tagen seiner zehnjährigen Tochter zeigen, wie toll Star Citizen ist, aber das, was mit Kritik und ArcWohn aufgenommen wurde, waren die KI-NPCs, die auf Tischen und Stühlen standen. Das ist umso frustrierender, erklärt Chris, weil die KI, wird sie nicht über das Netzwerk gestreamt, sehr mächtig ist und interessante Verhaltensweisen zeigt. Probleme bereiten hier, neben Server-Performance und Netzwerk-Asynchronität, das serverseitige Object-Container-Streaming. Wenn die Server-Object-Container raus und wieder rein gestreamt werden, müssen sie den Zustand der Inhalte der Object-Container registrieren und das können sie aktuell nicht, solange die Persistenz im Backend noch nicht funktioniert. Deshalb ist der Entity-Graph so essentiell wichtig, ein Kernelement der technischen Star Citizen-Welt. Das war die sehr kurze Antwort auf Sandys Frage, auf welche Elemente Chris sich neben Alpha 3.14 und Server-Mashing am meisten freut. Ja, sehr kurze Antwort, attestiert Sandy augenzwinkernd und setzt nach, dass Chris ja sehr viel Programmiertes nachts. Was programmiert er da eigentlich die ganze Zeit? Chris erklärt, dass er seit einem Jahr versucht, die, wie CRG es nennt, physikalischen Skins fertigzustellen bzw. sich da jetzt auch in Richtung der Zielgeraden befindet. Alle Charaktere im Spiel haben eine Physik, die bestimmt, ob man kollidiert und die ist auf dem Skelett der Charaktere definiert. Das Skelett besteht aus Knochen, die durch physische Gelenke, Joints, miteinander verbunden sind. Aber das gesamte Skelett verfügt über dieselbe Art von Physik-Geometrie für jeden In-Game-Avatar, egal ob man eine schwere, sperrige Rüstung trägt oder nur dünne Kleidung. Das heißt, es ist völlig unabhängig, was wir mit uns rumschleppen. Das Skelett definiert die Physik und ist immer dieselbe. Und eigentlich sind die meisten Spiele so, erklärt Chris. Tatsächlich haben viele Spiele nur ein gekapseltes Symbol, das den Charakter definiert. Aber in Star Citizen, wenn man einen Helm oder eine Rüstung trägt oder eine Jacke oder ein Hemd anzieht, dann wird das als Skin bezeichnet, was Geometrie ist, die mit den Joints des Skeletts verknüpft wird. Und wenn sich die Joints, die Gelenke bewegen, verformt sich die Geometrie, die Kleidung, die Rüstung etc. mit ihnen. Die Änderung, an der Chris des Nachts arbeitet, besteht darin, dass nicht mehr im Skelett die Physikinformation hinterlegt wird, sondern in den Skins Physikinformationen eingebettet werden können. Fügt man also ein gepanzertes Torso-Teil einer schweren Rüstung hinzu, wird damit die physikalische Geometrie dieser Rüstung eingefügt, die im Wesentlichen die Form des Torsos darstellt. Wenn wir also verschiedene Dinge auf die Physikform legen, kann sich damit das Profil komplett ändern. Und das ist wirklich wichtig, denn es bedeutet in erster Linie eine bessere Kollisions- und Treffererkennung. Wir könnten heute den Fall haben, dass wir einen großen, klobigen Helm tragen, aber die Physikgeometrie nur auf Basis der Kopfgröße berechnet wird. Und so könnte eine Kugel, die auf uns abgeschossen wird, zwar so aussehen, als würde sie den Helm treffen, aber sie trifft uns dann doch nicht, weil sie nicht die Kopfgeometrie trifft, sondern nur die Helmgeometrie und die ist nicht Teil der kalkulierten Physikgeometrie. Dasselbe passiert mit dem Umhang, den wir über einer schweren Rüstung tragen. Er würde sich zurzeit nicht über die Rüstung legen, weil er auf der Physikgeometrie des Körpers und nicht auf der der Rüstung berechnet werden würde. CRG kann das jetzt ändern, sodass die Geometrie die gleiche Größe hat wie der besagte Helm oder die Rüstung. Und es macht auch einen großen Unterschied für Dinge wie physikalische Interaktion mit Stoff. Wenn man also durch eine Art baumelndes Plastik läuft, erklärt Chris, dann wird es zukünftig unter Nutzung der physikalischen Skins physikalisch korrekt über unseren Körperstreifen. Dasselbe gilt für das Tragen eines Umhangs. Er legt sich zukünftig physikalisch korrekt über unseren Körper, auch wenn wir eine schwere Rüstung tragen. Das wird übrigens auch für die Haarsimulation benötigt, sodass die Haare zukünftig nicht mehr durch andere Assets wie zum Beispiel Helme hindurchragen. Während der Pandemie haben Chris und Sandy mit ihren zwei Töchtern auch viele Computerspiele gespielt. Chris war hier sehr angetan von den Survival- und Crafting-Mechaniken von Valheim, was er als Langzeitziele von Star Citizen sieht. Jetzt geht es langsam dem Ende der Sendung entgegen, also fragt Sandy noch, was denn für das kommende Jahr geplant sei. Während gegen Ende dieses Jahres die Rückkehr der CIG-Mitarbeiter in ihre Büros ansteht, werden Chris, Sandy und ihre Töchter für einige Zeit nach England ziehen, um dort die Fertigstellung von Squadron 42 zu unterstützen und es auf die Zielgerade zu bringen. Hier stehen auch nächstes Jahr weitere Umzüge an, denn die Teams von CIG in England werden eben in neue Büros beziehen, weil sie in den aktuellen aufgrund der stark gewachsenen Mitarbeiterzahl aus allen Nähten platzen. Und auch in Deutschland steht solch ein Umzug an, wie wir ja auch in der Verse Night im April erzählt haben. Wer sich das im Detail nochmal anschauen und darüber informieren möchte, der klickt gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. In den Manchester Büros auf jeden Fall sind 400 Leute, die alle an Squadron 42 arbeiten und Chris möchte dort vor Ort sein, um Squadron 42 fertig zu stellen. Jared kritisiert am Ende, dass das alles doch nur ein 5-Minuten-Video werden sollte. Aber Chris antwortet, dass er weniger dazu tendiert, kurze Antworten zu geben. Am Ende gibt es noch Dankesworte für die letzten 15 Monate. Und Sandy korrigiert Augenzwinkert, naja vielleicht die letzten 15 Jahre. Es sind die Entwickler und die Community, fährt Chris fort. Es ist wie eine Familie und es ist großartig, etwas aufzubauen. Und es ist großartig, den Leuten beim Spielen zuzusehen und die Leute von dem zu begeistern, was ist und was sein wird. Und ja, sagt Chris, es macht mir nach all diesen Jahren immer noch Spaß. Also ja, ich sage nicht, schließt er, dass es nicht eine Menge Arbeit ist, aber es macht eine Menge Spaß und wir bauen wirklich ein Universum mit ungezügeltem Ehrgeiz auf, was ein Privileg ist, das für euch alle tun zu können. Also vielen Dank, sagen Chris und Sandy und wir sehen uns im Verse. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich sehr auf das, was dieses und vor allem dann im nächsten Jahr passiert. Das waren spannende Informationen. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend. Ich freue mich über Kommentare unter diesem Video und wünsche euch weiterhin viel Spaß im Verse mit 3.14 und wir sehen uns beim nächsten Video bei PsychShot im Stream. Bis dahin. Ich freue mich. Tschüss. Cheers.